Hallo liebe Leute, danke, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, um Danke zu sagen. Danke für die Unterstützung, das Zuschauen, im Chat aktiv sein, für Follows und Abos und einfach für alles. Ich ziehe meinen Hut vor euch, auch wenn ihr es gerade nicht seht. In dieser Folge will ich euch das Gerede über die Oculus Rift und Übelkeit ersparen, aber vor allem will ich euch vor dem Thema Frauen und Schuhe bewahren. Wir haben sehr ausführlich in dieser Folge darüber gesprochen. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen, euer Chris. Musst du auf jeden Fall ermutigen, so wie ich es bei Pinky gemacht habe. Sie hat nämlich irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheißspiel, ich deinstalliere es. Und sie spielt immer noch. Ich hasse es immer noch. Komm, lass uns ein bisschen vorlaufen. Auf mich wird geschossen? Ja, das sind die. Ich bin fast down. Ich bin fast down. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Alter. Oh Gott, von hinten glaube ich auch. Ist hier irgendwo eine coole. Ich habe halt kein Visier, das ist das Problem. Ich muss mich mal eben schnell heilen. Bevor die Zone kommt. Bevor die Zone kommt. Die kommt gerade. Okay. Bin geheilt. Ja, komm. Die Sanitätsasche hat sich gelohnt. Die laufen auf 150. So, Lobin, Dieter geht es jetzt gleich ab. Ja. Wir hätten da einfach bleiben können, gell? Ja. Da unten läuft einer. Oh Gott, ich habe Angst, von hinten angeschossen zu werden. Ja, super. Boah, er hat fast getroffen. Ich sehe keinen. Was ist da? Was ist da jetzt? Von wo, von wo? Gute Frage, ich glaube aber von genau geradeaus. Alter, von außen noch, von außen. What the fuck? Da unten war gerade einer. In den Häusern musst du jetzt aufpassen. Kurs und Gen, Energy. Mhm. Warte, mache ich auch schnell. Ich war anfangs auch sehr nervös. Ich bin jetzt auch immer noch nervös. Auch nach 180, 190 Stunden wird das nicht besser, glaub mir. Ich erschrecke mich ständig. Vor allem jetzt, wo diese Endzone kommt, da werden meine Hände immer ganz schwitzig. Früher wäre ich da ganz cool gewesen, aber je älter man wird, desto aufgeregter wird man bei sowas. Aber wenn du es schon hundertmal gespielt hast, bist du da relativ relaxed und cool. Da läuft einer. Auf. Auf. Sehe ich. Ach so, bis ich schießen konnte, war alles vorbei. Mein erster Kill jetzt in dieser Runde. Ähm. Okay. Da vorne geht es jetzt dann gleich ab. Schau, Hände schwitzig. Hier müssen dann gleich nochmal zwei kommen. Da oben waren doch noch welche, oder sind die komplett außenrum gelaufen? Ich glaube, die sind komplett safe gelaufen. Unten waren eigentlich auch noch zwei. Äh, da vorne sehe ich zwei. Auf 355. Ähm. Okay, ist der Job. Jetzt hier jemand, jetzt hier jemand. Ja, ja. Ich werde angeschossen. Ja. Kommen wir hier rüber auf die andere Seite. Ja, ja. Da vorne sind Rauchgranaten. Ja, ich glaube, die sind da vorne. Die haben sich den Job geschnappt. Äh. Danke dir. Ähm. Wir haben eine 50, 50 Mbit Leitung. Und ich streame mit, ich glaube, 4, 4 Mbit. Oder 4,5 Mbit. Hier ist eine M24. Ja, ich habe bloß kein Visier dafür. Da vorne sehe ich gerade einen. Soll ich schießen oder nicht? Wo? Direkt hinterm Stein aufs 120. Ne, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Nimm den 2er Rucksack hier. Alter, von hier. Der hat uns aber gesehen. Ja, genau, 50 Mbit Leitung mit 4, 4,5. So was streame ich. Anfangs habe ich irgendwie mit 2 Mbit gestreamt und das Bild war echt brutal beschissen. Wenn du irgendwann mal selbst drauf kommst. Wenn du irgendwann mal selbst drauf kommst zu streamen, gute Internetleitung und schau dir bei den Programmen ein paar Anleitungen an. Wir sind in der Zone. Ja. Kann von hier oben noch jemand kommen? Ähm, mit Sicherheit ja. Nehmen wir nochmal ein Schmerzmittel. Hm. Komm, lass uns links rüber. Ja, ich nehme auch kurz was. Ich laufe schon mal. Hier ist einer. Der war gleich tot. Aha, wollte er uns von hinten überraschen. Ja. Es sind nur noch 3 am Leben. Wir sind 8-fach. Wir sind wieder in der Zone. Hier drüben. Ah, Mist, hat der Energy oder Schmerzmittel oder so? Ich habe ein Schmerzmittel. Danke. Bitteschön. Wir werden gleich rüber pushen, sage ich dir. Ja, ich bin mir aber ziemlich sicher nicht von dieser Seite aus. Ja, unten auf 150 sehe ich einen. Oh, pass auf. Ja, mich hat er jetzt gesehen irgendwo. Ja, lass die mal. Lass die mal schießen. Das ist ein komplettes Team. Ist der schon down? Warte mal. Der eine ist hinterm Baum. Ich muss kurz Position wechseln. Es ist noch ein anderer hier, gell? Ja. Ja. Dort. Wo ist denn der Ander hier? Der ist noch da unten, oder? Wir müssen, wir müssen zu, ja, das sind zwei. Das sind zwei, aufpassen. Granaten hast du nicht mehr, gell? Nein, ich musste sie wegwerfen, weil ich nicht gedacht hätte, dass wir so weit kommen. Das sind genau die zwei noch. Ja, der kommt, der pushen gerade. Ja. Granate. Ja. Lauf in die Zone, Schatz. Ja, lass die da verrecken, komm. Ja. Ja. Sehr cool. Guck mal, wie wenig lebe ich nur noch ab. Winner, winner, chicken dinner.